Der erste Eindruck war sehr schön, muss ich mal sagen. Im Prinzip haben sie sich um alles gekümmert. Um Fluch, Hotel, Test, um alles. Aber von der Klinik her, schon von der Aufnahme her, war ich sehr zufrieden. Bin nur sehr zufrieden. Ich hatte keine Schmerzen. Die Kommunikation hat gut geklappt, weil hier spricht verzehrter Deutsch. Es gab keine Schwierigkeiten und die Behandlung war angenehm. Das ist erst einmal sehr wichtig fürs eigene Wohlbefinden. Dass man wieder richtig essen kann, dass man Zähne hat, wo man wirklich zubeißen kann. Eine sehr gute Klinik.